ja jawohl ihr seid wieder bei the last of us gut dann werde ich jetzt mal hier so gucken dann wird ihm mal gruseliger hier halleluja wow alles ist total ok Ja, ich weiß nicht, ob das alles so okay ist. Das ist also nicht auf Sekunde. So. Jetzt gucken wir mal hier weiter. Ah, voll, voll, voll. Und ich kann nichts machen. Oh, du Scheiße. Na, prima. Das werde ich noch bereuen. Hundertprozentig. Aber so weit von werde ich das bereuen. Hilf mir hier mal. Ja, ja. Und nochmal. Oh, du Scheiße. Heimat, deine Sterne. Scheiße. Danke. Bist du okay? Nicht passiert. Hab ich ein Mediket. Scheiße. Oh, das war heftig. Ja, gut, aber sag mal still. Nicht so laut. Wir können ein Lumpen. In allen Lumpen. verarzt du dich. Vielen Dank. Na, super. Ah, ich kann die jetzt selbst herstellen. Ah. Sehr gut. Ja, trotzdem muss ich mich jetzt erstmal verarzen. super. Ja. Haben wir da. Nee, den haben wir. Exorbitant. Wichtig. Ja. Was ist das hier? Äh, 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 na komm, ich weiß ja nicht, was dahinter ist jetzt. Okay. Wie gesagt, ich hab das Spiel angezockt, ja, das geb ich zu. Aber, wie gesagt, stellen wir gleich ein neues her. Ah, schon wieder voll, ja. Ich bin voll wie ein Amtmann. Nein. Was ist das? Oh, zehn Erfahrungsdrops. Schöne Sache. Ja, angezockt hab ich's natürlich, ja, aber, äh, ich hab's noch nicht komplett die Tutti durchgespielt. Und deswegen, wie gesagt, machen wir, dass wir hier wegkommen. Ja, noch nicht. Noch nicht. Oh, Mann. Was ist hier hinter? Ha? Da oben. Nix. Scheiße. Oh, was ist Scheiße? Die, die, die sagt nur Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ist hier irgendwo, nein. Oh, ehrlich, wie das hier, das Design und alles, das ist echt, oh, er hat einen Durchhänger gehabt. Ja, gut, machen wir. Mal sehen, ob's da weitergeht. Schauen wir mal. Okay. Okay. Was ist okay? Ich, komm schon, Ellie. Warte, erst, Ellie. Ja, ich geh ja schon weg. Hallo, kann mich jemand jetzt holen? Jippa. Die ist nicht nur tough, die hat auch noch Power, die Frau. Ja. Ich bin schon los. Oh, Klicker. Ja. Ich bin überhaupt nicht gut. Ich bin gar nicht gesund. Ich bin überhaupt nicht gesund. Absolut nicht. Was macht sie jetzt? Ah. Eine Flasche. Okay. Oh. So, da bin ich wieder voll. Ja, das will ich aber jetzt nicht. Sind da noch mehr? Na, das ist nicht gut. Na, das ist nicht gut. Oh, Eureka. Wisse, dann vermisst man nämlich dann Alkohol. Okay, da habe ich ein Messer geopfert. Hoffentlich taucht das jetzt auch was. Ja, scheint nicht mein Fehler. Voll. Kann ich eigentlich da wieder runter? Und zu dem Messer hin? Was ich jetzt gar nicht... Normalerweise sollte das doch gehen. Was ist das? Eine Klinge. Irgendwo war doch noch... Hatte ich nicht hier irgendwo ein Messer rumfliegen? Das ist hier eine Flasche. Das ist wahrscheinlich jetzt mein Fehler, dass ich... ...wieder zurückgegangen bin. Kein... Moment, was ist hier hinten? Nein. Ah, mein Fehler. Ja. Scheibenkleister. Mist. Mist, Mist, Mist. Gut, mein Fehler. Nein. Scheibenkleister, ey. Eureka. Mist. Ah, guck mal, jetzt steht hier so ein Ding an. Nein, hier ist nichts mehr. Sorry, Leute. Das ist mein Fehler gewesen. Ah, blöd. Echt blöd. Na gut. Hier war nichts mehr. Hier war nichts. Nein, komm. Jetzt ist gut. Mein Fehler. Moment. Okay. Okay. So, was haben wir denn hier? Hey. Alles klar? Wie die geht? Ja, das stimmt. Eine volle Hose habe ich auch. Dann los. Absolut. So, was habe ich denn hier? Noch gar nichts. Kann ich machen. Na dann runter. Moment. Oi. Oh. Schön laut. Gut. Bitte, die Damen. Okay. Ja. Na gut. Die Treppe ist dicht. Gehen wir wieder hoch? Nee, geht nicht. Nee. Ja, verrückt ist das. Nach unten schauen. Was? Was? Ist leichter gesagt als getan. Tess. Äh, Ellie geh nur schon mal. Ich werde... Wo ist sie? Oh, oh, oh. Ui, aie, 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 aie. Nee. Ja, sicher. Lagt uns ja nichts anderes übrig. Oh, je. Oh, man. Ja, ich will wieder überall gucken. Und was weiß ich noch alles. Da unten ist ein... Oh. Schön ein Stückchen. Können wir schön mit dem Kantholz auf die Brezel kloppen. Was ist das? Oh, eine Waffe. Neuer Revolver. Na sauber. So, wie war das? Inventar aufzurufen. Hab ich. Gut. Erledigen. Ich seh mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Wo sind die denn alle? Eins, zwei, drei, vier... Grüß Gott, ey. Muss ich hier runter? Oder wo muss ich hin? Ja, ich muss hier runter. Oh, Mann. Ich trau mich gar nicht. Ich trau mich gar nicht. Was ist das? Das sieht aber besser aus. Oh, eine Eisenstange. Lecker. So, schauen wir mal. Oh, ganz langsam hin. Ganz ruhig. Jetzt schlagen. Komm. Du hast doch eh keine Lebenserwartung mehr. Stirb einfach. Sauber. So. So sieht das aus. Können die dann das Licht? Weiß ich gar nicht mehr, ob die das Licht sehen können. Kann ich da hoch? Ne. Ach du Schande. Hier musst du genau abwägen. Ja. Der kommt hier rum. Komm, sag du kommst hier rum. Ja. Ja. Ah, das ist... Das ist ja... Ja, das ist ja... Ja, das ist ja... Wir Que hacked nicht. Hierwait! Ohu... Sag mal! Ach, da ist noch einer! Oh, nein, 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 du beißt mich nicht, du dumme Sau. War schön in die Fresse. Jawoll. Oh, das war jetzt nicht knapp. Oh, war das knapp. Guckt euch das mal an. Ach nein. Jaja, schön, aber jetzt hab ich kein Medikid mehr. Nein, verschwinden tun wir noch nicht. Weil ich weiß nämlich nicht, was hier so rumliegt. Ah. Den nehmen wir wieder mit. Eureka. Das ist echt ne Nummer gewesen. Noch einmal Flasche. Oh, oh, das Spiel, das wird mir ja alles abverlangt. Jetzt sind wir voll. Ne, da war der Stock. Besser gesagt, das kann Holz. Ne, hier waren wir hier. Hier auch. Elli, ich muss hier durch. Da müssen wir wahrscheinlich hoch. Da ist wieder was zum Lutschen. Ne, hier ist nichts mehr. Nehme ich mal an, dass hier nichts mehr ist. Komm, hier ist nichts mehr fertig. Ende Gelände. Komm hier hoch. Oh. Was ist da? Ein Schuss. Gut, ein Schuss ist ein Schuss. Los. Das ist alles so laut. Ich meine, die können nichts sehen, ja. Aber die Runner, die können nur alle hören, oder nicht? Äh, Machine? Hallo? Okay, das ist los. So, bleibt da noch länger nach stehen. Das ist doch nur ein Büro-Dingen. Na gut, wer weiß nicht, wo alles drin ist. Okay. Jipp. Alles okay. Oh, da hinten sehe ich was. Was ist das? Lumpen und... Alles klar. Das war mal da jetzt zweimal Alkohol. Jupp. Das heißt, wir können einen Medipack machen. Das tue ich auch direkt. Oh, sehr gut. Oh, hätte ich gar nicht machen wollen. Scheiße. Gut, Medipacks wirst du wahrscheinlich hier ohne Ende brauchen müssen. Dann mal los. Geh brauchen, nicht brauchen müssen. Gehen wir es an. Ja, dann mal hier runter. Hier können wir durch. Ja, und wie? Vorsichtig. Sehr, sehr gute Sache hier. Alter, dieses Zusammenstellen hier, was alles stützt und nicht mehr zu gebrauchen ist. Hier, cool. Nee, ist noch nichts. Weißt du, ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal ruhiger angehen. Jupp. Du willst es ruhiger angehen? Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht gut, das man. Ich glaube, das erst, wenn ich es sehe. Moment. Muss ich hier hoch? Nee, muss ich denn her? Sieh, hier ist irgendwas. Läuft irgendwas falsch. Ah. Hier lang. Na danke, kannst nicht mal Bescheid sagen, nee? Du Nette. Ist das auch nicht, nein, das ist nicht der Weg. Da, komm mal her. Ja, ist doch elegant, ja. Was steht da? Oliver, LLF, ja. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber irgendwas wird es schon. Die gehen alle ganz normal weiter. Hm, ich mach das auch mal. Ich vertraue jetzt mal auf Tess. Hoffentlich werde ich jetzt nicht, denkst, bestraft. Was ist hier? Mit einem Lumpen. Was ist da? Sag an. Ja, aber damit ist, ähm, das weiß ich wirklich nicht. Ernsthaft. Keine Ahnung. Und hier sind Drops. Sehr, sehr fein. Da, am Ärmel. Firefly. Ja, die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Molitowski. Gibt's hier auch. Schön. Setze Molotow-Cocktails ein, um viele Gegner auf einmal zu erledigen. Ein brennender Gegner kann sogar andere entzünden. Mit, hm, kannst du Molotow-Cocktails im Bogen werfen, um Gegner zu treffen, die in Deckung gegangen sind. Geh sorgst du mit deinen Favoriten um. Für Mollies brauchst du die gleichen Bestandteile wie für Medikids. Hoffen wir, dass noch jemand hier zum Treffpunkt kommt. Nein, nein. Noch nicht. Machen wir noch nicht. Halt hier hinter. Ja, ein Stein war da. Machen wir nicht. Hier geht's lang, aber hier ist ja auch nix. Wird man... Ja, gut, wir haben jetzt hier einen Molli gefunden, Medikid, also allerhand haben wir hier schon gefunden. So. Oh. Ach du Scheiße. Ja, klicke die klick klick. Oh. Gut. Egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Ja. Ja, mach ich. Mach ich. Klicker lautlos. Klicker können dich auch noch hören, wenn du dich duckst. Leicht antippen und dich leise zu bewegen. Wenn man dich hört, halte an und warte, bis du dich sicher bewegen kannst. Ja, gut. Oh nein. Jetzt geht das hier jetzt hier schon los. Ja. Das ist gleich. Gleich. Okay. Der kriegt nix gebacken hier. So, dann haben wir schon mal zwei weg. Gut. Ja, ja, jetzt werde ich natürlich da hinten wieder hingehen und dann ein Messer zu holen. Erstmal das Messer holen, das ist, erst mal, so, macht man das. Da ist wieder ein Klicker. Oh, ein Klicker. Wie viele sind denn nur die zwei noch? Okay. Das werden wir wohl noch hinkriegen, oder? Boah, Ellie. Sieht so aus. Nur die zwei noch. Ja, ich liege schon mal hin. Okay. 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 Ach du Schande, da ist auch noch einer. Aber das scheint mir kein Klicker, sondern ein Runner. Runner. Richtig. Boah. Hätte ich schon mal hinbekommen hier, oder? Sssst, händler mit der Ruhe. Dann mit dem Ruck. Wo ist der? Die müssen alle weg. Ja, sicher. Nicht so schnell. Sehr schön. Gut, ja, finde ich auch. Finde ich auch, dass das sehr schön ist. Was haben wir denn hier? Was ist das? Okay, ich bin voll. Hier, da sieht noch gar nichts aus. Ah, hätte ich doch gedacht. Was ist hier drin? Zettel und Munition. Nachricht an Derek. Ähm, Derek von der Buchhandlung lässt uns sein Safe benutzen. Leg mein Zeug rein, wenn heute Abend geschlossen wird. Ja, holen wir uns das. Gut. Was schnell, schnell. Gibt gar nichts hier. Das funktioniert nicht schnell. Also muss hier irgendwo eine Buchhandlung sein, wo ich den Safe knacken kann. Ja, das ist die abgebrochene Klinge. Schön, dass man das auch sieht. Die sind da hinten. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Ich wollte sagen, irgendwas hatte ich hier gesehen. Aber gut. Hätte ich auch übersehen können. Da ist der Clicker. Ich muss sie hier so oder so wegholen. Ja. Das spielt keine Rolle. Absolut nicht ganz leise. Ja. Nicht bewegen. Ja, etwas. Etwas. Das ist auch ein Clicker. Ich darf nur nicht übermütig werden, das alles. Ja, manchmal werde ich das schon übermütig hier. Ja, ja. Richtig. Ja, Freunde. Aber ich habe gerade auf die Uhr geguckt und es ist mal wieder so weit. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ob ich sterbe oder nicht, dann schaltet wieder ein auf meinem Kanal. Bye, bye. WDR mediagroup GmbH